Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Videotasche. Heute bin ich ausnahmsweise beim Paul und wir haben uns gedacht, wir nutzen nochmal die Gunst der Stunde, wenn ich jetzt schon für 4 Tage beim Paul bin und nehmen mal ein paar Reviews auf und haben auch sonst natürlich noch was Spaß und heute möchten wir euch das Book Book für das iPhone vorstellen. Ich habe das Ganze schon mal hier in meiner Hand, in der Teilaufnahme werde ich ja mal die da irgendwo wieder drin sind. Und das Ganze ist aufgebaut wie so ein gutes altes Lederbuch, ist auch aus Leder gemacht, oder? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also das ist echt Leder, kriegt man für ungefähr 60 Euro. Hier passt halt Personalausweis, Kreditkarte, EC-Karte rein. Hier unten drunter kann man halt noch so Sachen, da habe ich immer was Bargeld hier unten drin und Busparkkarte und hier passt dann halt das schöne iPhone rein. Genau, das Ganze sieht sehr schick verarbeitet aus. Ich habe das selbst selber nicht. Ich habe das jetzt auch so ziemlich das erste Mal in der Hand. Nicht das erste Mal, aber einer der ersten Male. Und es ist auf jeden Fall sehr schön. Es sieht wirklich aus wie so ein kleines Büchchen, wenn man es jetzt geschlossen ansieht, abgelehnt von der Beschriftung natürlich. Die ergibt natürlich als Buch nicht wirklich Sinn, aber das muss es ja auch nicht. Und wenn man das Ganze aufpackt, sieht es auch sehr schick aus. Ich meine nicht enthalten bei der Hülle, aber jetzt. Das wäre toll. Ja, dann würde ich mir sofort einen kaufen für den Preis. Und ja, es sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Und was können wir noch dazu erzählen? Ja, kostet wie gesagt knappe 60 Euro bei Arctis. Und ja, Gutscheincodes könnt ihr für Arctis im Moment, soweit ich weiß, nicht mehr verwenden. Es gibt keinen, den ich jetzt kenne, der noch funktioniert. Da 2012 halt. Ja, sonst könnten wir einfach mal eventuell verlinken, wo ich das Ganze auch als Affiliate bei Amazon oder so. Und hier unten, meiner Seite wird das verlinkt. Meiner Seite wird das verlinkt. Das geht gar nicht. Oben drüber. Und ja, ist wirklich eine tolle Hülle, sehr wertig gemacht. Also, man merkt eigentlich gar nicht, dass das Ding in China oder so produziert wird. Wird aber auch relativ klein produziert, steht da nicht mehr drauf. Da ist so ein ablösbarer Aufkleber auf dieser Pulte. Und also, ist echt ein tolles Produkt. Also, lohnt sich. Hast du auch gut in die Hosen, merke ich gerade? Und... Ist halt... Ist halt nicht ganz billig 60 Euro, aber ich finde es lohnt sich. Weil wenn man das Ding hier halt so nimmt und unterfliegen lässt, geht halt nicht so schnell kaputt. Weil es halt sehr... Und sieht gut aus, muss man sagen, wirklich schön. Gut. Ich glaube, was wir jetzt heute aufnehmen werden, eher so kleine Mini-Reviews. Weil vor allem bei dieser Rügel können wir eigentlich nicht so viel euch sagen, außer euch irgendwie zu zeigen. Und ja, wir müssen drüber zu reden. Also von dem her, machen wir jetzt denke ich mal so ein paar kleine Mini-Reviews. Je nachdem welches Thema. Und das wäre jetzt ein kleineres. Ja, gut. Ja, das war's zum Bugbook. Und ja, zur Höhle gibt's sonst nichts mehr. Dann findet ihr jetzt zum Anschluss noch ein paar Nahaufnahmen und freie Shots. Genau. Und danach dann noch tausend andere Reviews. Also schaut rein. Ja, nein, nicht tausend. Wir wollen auch noch was anderes machen, aber es kommen noch ein paar. Es kommen noch ein paar. Also bis dann. Viel Spaß. Bis denn. Ciao. So, hier seht ihr jetzt nochmal das Bugbook mit iPhone 4 drin. Hier oben an dieser wunderbaren Schlaufe, die so aussieht wie ein Lesezeichen, kann man sein iPhone rausnehmen. So. Und ja, begutachten, verkaufen, keine Ahnung was. So schiebt man das Ding dann wieder rein. Hier oben wird das Ganze quasi mit Magnet hier drin festgehalten. Hat dann halt noch so einen Lesezeichen-Stil. Hier an der Seite habt ihr ganz normal weiterhin den Mute-Switch. Und hier halt lauter leiser. Der Rest hier unten bleibt auch. Und hier auf der Seite ist halt nichts. Hier könnt ihr halt mal den Einband so sehen. Bugbug. Und hier halt noch so ein paar schöne Symbole drauf. Ähm. Hier ist halt Platz für so Sachen wie Kreditkarte, EC-Karte, etc. Hier sowas. Und ähm. Das könnt ihr halt hier reintun und ganz bequem verwenden. Ähm. Außerdem könnt ihr halt in dieses Mäppchen hier unten noch diverse andere kleine Sachen rein tun. Wie ein bisschen was Bargeld oder wie ich jetzt hier noch so eine tolle Busfahrkarte. Und ähm. Hier unten passt auch einiges rein. Also ist jetzt nicht gerade so eng, dass man das hier rein zwängen muss. Also Busfahrkarte und so weiter passt hier problemlos rein. Ähm. Ähm. Das Bugbug ist relativ dünn im Vergleich zu anderen Mäppchen in so einem Stil. Ist ungefähr doppelt so dick wie ein iPhone 4 oder iPhone 4s. Ähm. Lässt sich aber trotzdem angenehm tragen. Und ich finde den Komfort hier, dass das Ding wirklich jede Federung des iPhones übernimmt und das iPhone dann nicht irgendwie durchbrechen lässt. Ist es doch dann schon wert. Ist zwar ein etwas teurer Preis mit den 60 Euro, aber ähm. Ich würde sagen, es lohnt sich. Da wird nun einfach und ihr Trächt nicht eracht. Alles an. Mach conteúdo. Das ist doch so gemein. Für uns konkret wird die Idee. Das ist besser. Es gibt einen passgerissen und eine aus dem Futter. Da wird nun ein paar Minuten, das Events Cord inception ausbennen kommen, und glaube ich immer fragen, wir die. Danke fürs Funktionieren können Wochenizar. Vielen Dank.